Was uns dazu bewegt, hier heute zu sein, ist einfach die Tatsache, in Erfurt wurde Raum genommen für Projekte und für Veranstaltungen, auch Wohnraum und wir sagen einfach auch als Vertrag so, dann kommen wir eben zu euch und spielen eben an der Stelle, wo eben dieser Raum mal war, um einfach zu zeigen, ja, scheiß auf die Kacke hier und wir machen weiter und lassen uns davon irgendwie nicht kleinkriegen und in der Hoffnung, dass es irgendwann wieder so einen Raum gibt. Musik 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 Wir bedanken uns nochmal bei der Stadt Erfurt. Leider hat die Absprache mit der Polizei überhaupt nicht geklappt. Die wollten eigentlich vorher hier schon alles absperren. Es ist mir leid, ihr seid zu spät gekommen. Schade, ihr habt viel verpasst. Wir kommen wieder, keine Sorge. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Musik Das ist wohl vom Fressen abgesprochen. Das ist wohl vom Fressen abgesprochen. Wir müssen mal da kurz bleiben. Das ist wohl vom Fressen abgesprochen.